So, so sah das Ganze aus. Also ich habe so reingeguckt und dachte so, nein, bitte nicht. Ich war gerade einkaufen und dachte so, oh, jetzt was leckeres Essen. Und dann war voll die Megasauerei. Und es hat so lange gedauert, das alles wieder aufzuräumen. Und dann habe ich die Reste, hier sieht man die Gurken übrigens noch, dann habe ich die Reste, also alles, was so Glas war in meinem Rucksack, habe ich dann ausgeschüttet in die Mülltonne. Und es war halt wirklich, keine Ahnung, wie groß ist ein Miracle-Wip-Glas? Locker so 300-400 Milliliter, oder? Schau dir mal den fünften Trend an. Warte, wir gucken mal den fünften Trend. Vollidiot.